Microsoft Word bietet leider keine einfache Möglichkeit, Ihre Autokorrektureinträge auf einen anderen Rechner zu speichern oder diese zu sichern. Die Textbau-Steinverwaltung Phrase Express kann Ihre persönlichen Microsoft Word Autokorrektureinträge importieren. Klicken Sie hierzu einfach auf Datei, Importieren, Word Autokorrektureinträge importieren. Das Programm kann sogar Dubletten aus Ihren Einträgen eliminieren. Die Einträge stehen dann hier in diesem Ordner zur Verfügung. Und ab sofort funktionieren diese Autokorrekturen in allen Programmen und nicht nur in Word oder Outlook. Zum Übertragen auf einen anderen Rechner ziehen Sie einfach den Ordner auf den Desktop und kopieren Sie diese Datei auf einen beliebigen anderen Rechner und installieren Sie auch dort Phrase Express. Dann ziehen Sie den Ordner auf dem anderen Rechner wieder in Phrase Express hinein und die Autokorrektureinträge stehen auch dort zur Verfügung. So einfach funktioniert das. Phrase Express ist übrigens kostenlos für private Nutzung. An deiner Drone auf den Tisch I Untertitelung des ZDF, 2020